Ich hab's nicht. Oh mein Gott, der hat auch einen Minigun. Na, 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 na. Hey Freunde, Fix hier und herzlich willkommen mit zu diesem schmackhaften Dammel-Upload. Ja Leute, heute das zweite Video hier auf meinem Channel. Es freut mich, dass ihr eingeschaltet habt. Und Leute, heute spielen wir den neuen Spielmodus Wild West, beziehungsweise war es eine meiner ersten Runden. Richtig nice Runde und da war noch die Minigun drin. Leute, schreibt mir auf jeden Fall mal in die Kommentare, ob ihr den Modus mit Minigun besser findet oder ob ihr ihn ohne besser findet, weil das haben sie jetzt rausgemacht. Und Leute, falls ihr mich kostenlos supporten wollt, geht doch gerne in den Gegenstand Stop in Fortnite, klickt unten rechts auf Unterstütze ein Creator und gebt dort Fix ein. Ich würde mich mega drüber freuen, Leute. Es ist für euch zwei Klicks oder so und jedes Mal, wenn ihr was im Fortnite Shop kauft, werde ich sozusagen supportet umsonst. Ihr müsst keinen Cent mehr bezahlen. Und Leute, die Season geht noch 14 Tage. Das heißt, wenn ihr das heute eingebt, dann müsst ihr es spätestens einen Tag vor Seasonende wieder neu eingeben, weil das läuft immer alle 14 Tage ab. Deswegen checkt mal euren Ingame Shop, ob es noch drinsteht. Ich würde mich echt darüber freuen und ihr könnt mich natürlich auch gerne auf Instagram und Twitter darauf verlinken. Ich freue mich, das immer zu sehen. Dann gibt es auch ein Like und so. Und ja, genug gelabert. Viel Spaß mit der Runde. Let's go! Let's get a like! Yo, yo, yo! Komm, nochmal tilten. Ich will zerstören jetzt in diesem Modus. Scheiße, ich bin voll weit oben. Markus, ich werde sterben. Ich habe gar nichts. Wollen wir irgendjemanden todhacken? Ne, lass nicht machen. Soll ich mich da einmischen? Ich habe jemanden versucht zu hacken. Ich habe drei Leute todgehackt. Ich bin noch safe am Schwirmhaus. Warte, ich komm gleich. Schwirmhaus, wo liegst du? Ja, ganz oben auf dem Dach. Boah! Soll ich da hochkommen? Von mir läuft doch noch was. Okay, der hat dich nicht zu sehen. Ich komm Markus, ich rette dich. Okay. Fuck, 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 fuck. No risk, no fun. Rette mich. Ich komm, wir vernehmen. Ich komm, wir vernehmen. Oh mein Gott. Easy, easy. Oh mein Gott. Ich bin bei mir geschossen, Alter. Ich habe keine Waffe. Ich habe drei Leute todgehackt. Ich habe auch keine Waffe. Lass zurückrennen. Lass so Basketball laufen. Ich habe nur eine Hunting. Ja gut. Reicht. Ich habe meine Hacke. Kein Ding für einen Snipermeister. Hier ist auch schon gelootet worden. Wollen wir mich verarschen? Nee. Ich habe Dynamit. Lass die Tür offen. Da oben ist noch eine Chest. Ich grab mir die Chest. Ja, ist schon noch eine Hunting Rifle. Da ist der Gegner. Friss meinen Dynamit, Junge. Komm da runter. Boah. Oh. 70 Schaden. Nice. 70 Schaden macht Dynamit. Einer baut sich zu mir hin. Der hat schon einen Hit bekommen. Ich schmeiß Dynamit neben ihn. Einer ist unter mir. Unter dir? Ja. Und einer ist in Burg. Ganz unten. Hab den down. Einer ist irgendwo unter mir. Ich weiß aber nicht wo. Ja, ich höre ihn. Ich sehe ihn. Er wirft Dynamit. Nein, 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 nein. Give me that Loot, boy. Hab den. Nice one. Was? Es gibt eine Minigun? Minigun OP. Minigun halt richtig OP. Aber ich habe keine Muni. Hast du Platz? Ja, hier. Da kommt was. Oben. Friss mein C4, Junge. Hab vier Hits, right. Nice one. Junge, ich glaube Minigun sollte nicht in dem Modus sein. Komm her, Lagerfeuer. Wir müssen die Runde gewinnen. Ich habe drei Leute am Anfang tot gehackt. Wir müssen das gewinnen, Markus. Okay? Ich habe keinen Jail. Wir müssen reinzweiten. Ja. 70 Schaden macht das Dynamit auf Body. Geht. Aber spreng halt ganzes Haus decken. Spreng dein ganzes Leben weg, Junge. Oh, da ist noch mehr. Nice. Ich habe vier. Was glaubst du, wie viel man stacken kann? Zehn. Das grünes Item. Zehn? Wirklich? Ja. Hier ist noch eine Chest drinnen. Ich muss sagen, mir gefällt der Modus jetzt schon. Es ist einfach was anderes. Du hast nicht dieses Spray-Meter drinnen. Auf die Minigun. Hä 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 hä. Minigun. Aber. Aber. Ich glaube, das ist noch ein Fehler. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie die Minigun absichtlich drinnen haben. Ja. Wir haben kein Schild, ne? Gibt es hier überhaupt Schild? Ich weiß nicht. Gibt es hier Schild-Chat? Gibt es Schild in dem Modus? Unten. 30er. Nice. Weiter hinten. 15er hin. Ich glaube, es gibt kein Schild in dem Modus. Oh, er hat mich gittet. Hab ihn. Nice. Ich glaube, es gibt kein Schild. Deswegen gibt es so viel Campfire und so. Lass rein mit Minigun holzen. Ja. Es gibt Gleiter. Was? Gleiter ist drin. Gleiter-Funktion. Acht Gleiter, lol. Stimmt. Ich spreng alles weg. Ist der Solo? Ein Hit. Ich habe keine Muni mehr. Noch ein Hit. Push mit Shotgun. Hab ihn. Let's go. Oh mein Gott. Der Modus ist geil, Alter. Kein Schild, ey. Kein Schild, ey. Ist gut, Mann. Weißt du, wie schnell du die Leute wegfetzt dadurch? Ein guter Pump-Hit down. Rip. Ja. Lass Geist Stein nehmen. Ja. Okay. Ich mache Gleiter in Liki. Glaub ich. Ja. Bei Loot Lake. Beim Campingplatz. Oh, vor diesem Stein. Und links innen drin. Ich kann den Gleiter nicht nochmal schließen. Auch nicht. Welche pushen wir? Weiß ich nicht. Die hier vor uns? Der hier vorne ist Solo. Ja, ja. Ich zerstelle ihn mit dem. Hab ihn. Ach. Der andere baut sich da hinten hoch. Nehmen wir uns. Wo? Ah, der chillt. Ah, der chillt mit dem Futter, glaube ich. Oh mein Gott. Down. Nice. Sehr schön. Über uns. Nach einer. Down. Hab ihn. Die pushen. 33er Hit. Ah, er hat's nicht. Oh mein Gott. Der hat auch einen Minigun. No, 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 no. Ey, das ist Controller-Spieler. Der lockt immer bei mir ein noch. Oh mein Gott. Let's go. Wow. Wir verlieren diese Runde nicht. Oh mein Gott. Dass ich den bekommen hab. Holy moly. Holy moly. Macaroni. Easy get rekt. 10. 10. Motherfucking. TNT kannst du mitnehmen. Ja. Dynamit. Holy. Crap, Alter. Ich hab 500 MG Schuss. 500? Geh mal 100 noch. Ja, ich mach halber halber einfach. Egal. Du kannst da mehr sprain. Oh mein Gott. Markus, wir müssen diese Runde gewinnen, Alter. Verräugen sie sich. Vier Gegner noch. Wieviel Kills hast du? Vier. Wir haben 15 Kills ey. 20 Campfire! Wach! 21 Campfire! Gut hier. Ja wahrscheinlich, oder? Alter! Oh, die wollen uns runterschießen. Von wo? Tanke, oder? Die haben uns runter geschossen. Ja, hinter Tanke. Hinter Tanke wirklich? Oder? Ich glaub schon, ich hab ihn da laufen gesehen. Bin mir aber nicht. Oh, oben ist auch ne Base. 255. Oh ja. Da haben die auf uns geschossen. Äh, das war schon da unten, glaub ich. Ja, 100%ig in der Tankstelle. Hast du nochmal gesehen? Nein, nein. Ich schieß mal oben drauf, mal gucken, ob die reparieren. Ja, das ist keiner mehr. Meinst du? Das ist keiner mehr. Wo sind die? Versuch deine Endzone zu gewinnen mit Lagerfeuer. Hier drauf ey. Hier. Hier Lagerfeuer. Ja, ich geb dir noch eins, weißt du? Ja, ich hab noch gar keins. Hast du gar keins? Ja, hier gönn dir. Elf Lagerfeuer. Was soll der geil? Weißt du? Das ist krank. Wie viele Lagerfeuer man hatte. Ich hab sie nicht mal gesehen ohne den Chat. Liebe. Ich schwör dir, der chillt Tanke. Wollen wir über die Tanke mal drüber fliegen? Ich mach. Ich guck. Er hockt im Busch. Oh, warte, ich snipe ihn. Er ist raus. Er hat ihn nicht gesehen. Er hat chillt. Er hat chillt. Er hat chillt. Auf-White aber, ne? Ja, nice one. Sehr schön, Markus. Gut gemacht. Oh my god. Kleiner Buschmann, ey. Agent Buschmann war das. Habt ihr's gesehen? Das ist ein Airdrop. Was soll denn da drin sein? Wollen wir Pilze fressen? Ich komm mal zu dir runter. Wollen wir Pilze fressen? Wie ist so ein geisteskranker? Ja, wir haben Pilze. Wir haben gelassen Pilze. Ja, los. Ja, ja. Pilze OP, Junge. Ich glaub, hier gibt's keine Pilze. Doch. Der hatte eben auch Schild. Oh, ich hör Schisse. Ähm. Sporthalle, Sporthalle. Okay. Im Loot Drop sind Slurps? Lüge. Ich hole den Airdrop. Wir müssen den Modus testen. Wir müssen den Modus erkunden, Chat. Noch mehr Lagerfeuer. Dynamitlagerfeuer. Nein, nicht. Ihr Lügner! Die heilen sich, oder? Ich seh einen laufen. Bei dem Baum, ja. Ich hab keinen Bock, ob wir alleine sind. Ich auch nicht. Hat 90er Hit? Nein. Wollen wir hin pushen? Ja, komm. Lass mal neben die pushen. Ich schmeiß das Dynamit runter. Ich schmeiß 10 Dynamit, Alter. Mir egal. Der eine ist weit. Oh mein Gott, Leck! Bist du hier da? Ja. Wo noch? Richtig weit, richtig weit. Zwei Hits gegeben. 18er links. Nice, man. Links nur noch. Warte, warte, lass ihn mit C4 killen. Okay. Fuck. Ich geb alles mit C4. Oh mein Gott. Ich schmeiß rein. Mein letztes C4. Unter dir. Let's go! Dye Boy! Warte, warte, warte. Ich hol ihn mit Ding. Fuck! Go, 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 go! Let's go! Wie, Junge? GG, Alter! Holy moly! Wie viel kill's? Äh, 18. Nice one. Ja, Leute. An allen, die uns auf YouTube sehen, lass doch gerne mal einen Daumen nach oben da. Und falls du noch nicht abonniert habt, abonniert diesen Channel, um nichts mehr zu verpassen. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Bis dann. Und tschüss. Tschüss. group . . . . Bis zum nächsten Mal.